Wenn du der Beste sein willst, dann musst du Respekt kriegen. Und wenn du Respekt kriegen willst, dann darfst du keinen anderen Respekt zeigen. Wenn du keinen anderen Respekt zeigst, dann denken die Leute irgendwann, Mann, du hast den Respekt erfunden, Alter. Merk dir meine Scheißpreise! Ich bin Chico! Wenn ich mir ein Gummi über die Zunge mache, küsst du mich dann? Nein, Mann, ich küsse keine Kunden, das ist mir zu intim. Wie, du bist so ein Typ, der so rumrennt und irgendwelchen Leuten auf die Fresse hat oder was? Ja, wenn ich was davon habe, ja, Probleme. Du Fickster, du vertickst ihn an meinem Rücken auf der Straße, hä? Das ist das nicht mein Problem, Alter! Nein, Mann, jetzt ist das unser Problem! Bei dem Typen bin ich durch. Mit dir habe ich kein Problem. Kennst du dich eigentlich aus dem Middash, Koga? Das mit dem Gras, weiß ich, das mache ich so nebenbei. Ich brauche da jemanden, weiß ich, den ich mich verlassen kann. Kannst du dir das vorstellen? Ich schwöre, ich würde nie für so einen Hurensohn arbeiten, wenn er dir irgendwas angetan hätte, Mann. Ich schwöre, ich würde den gleich ficken, ey. Bist du plötzlich der Derbste, Alter? Bist du kein Bresper oder was? Kannst du nicht so sein wie ich, Mann. Wohin willst du, du Bixer? Pack das Ding weg, Decker! Ich hab's doch mal was! Was? Mach den Bixer weg und ich weiß, was los ist. Kann ich nicht. Weißt du was, Allah? Jetzt will ich, dass das reicht.